Hallo Leute, hier ist wieder euer Reaper und heute gibt es wieder ein neues Video zu Call of Duty Black Ops 3. Ja, ihr habt das wirklich richtig gehört, es gibt schon wieder ein neues Video zu Call of Duty Black Ops 3 und im Zombie-Modus dazu, denn auch hier will ich euch wieder ein neues Tutorial zeigen zu einem brandneuen E-Sec, das dort auch wieder gefunden wurde und diesmal auf der Karte der Eisendrache. Der Eisendrache ist glaube ich eine der Lieblingskarten von der Zombie-Community und genau auf dieser Karte wurde jetzt 1000 Tage ungefähr oder schon länger als 1000 Tage ein neues E-Sec gefunden. Wirklich gefunden kann man nicht sagen, denn es wurde im Code herausgefunden, dass es dieses E-Sec noch gibt und mit dem Code hat man dann eben das entdeckt. Aber man kann auch wirklich sagen, bei diesem E-Sec, es ist eigentlich unmöglich das irgendwie herauszufinden, weil es gibt keinerlei Hinweise drauf und was man dafür machen muss, ist eigentlich zu krass, als dass man das irgendwie zufällig herausfinden könnte. Und zwar, wie funktioniert das Ganze jetzt? Was muss man jetzt eigentlich für dieses E-Sec machen? Und zwar ist es so, dass ihr natürlich der Eisendrache starten müsst in Black Ops 3 und dann ist es eure Aufgabe erstmal zu Runde 2 zu kommen, aber Runde 2 nicht zu beenden. Und was noch wichtig ist, während ihr zu Runde 2 kommt, dass ihr keine Zombie-Barrieren zumacht und alle Zombie-Barrieren von den Zombies öffnen lässt. Es gibt nämlich 5 Zombie-Barrieren in diesem Raum und die müssen alle bis Runde 2 geöffnet sein und es darf keine Barriere mehr dran sein und ihr dürft auch keine mehr dran bauen. Wenn ihr dann in Runde 2 den letzten Zombie am Leben habt, dann tötet diesen nicht und jetzt müsst ihr genau an jeder Barriere genau 2 Bretter wieder hinmachen. Das ist wichtig, dass genau an jedem der 5 Barrieren 2 Bretter sind. Wenn ihr das gemacht habt, ist der nächste Schritt jetzt erstmal die RK5 zu kaufen. Danach ist es so, dass man, wenn man die RK5 hat, nochmal 2 weitere Bretter an die Barrieren hinlageln muss und somit hat man jetzt an jeder Barriere 4 Bretter. Danach muss man jetzt die Shiva kaufen und die RK5 eben für die Shiva dann ersetzen. Wenn man das gemacht hat, ist der nächste Schritt ein weiteres Brett an jeder Barriere hinzubauen. Und somit hat man jetzt an den 5 Barrieren 5 Bretter. Und jetzt ist nochmal der letzte Schritt, nochmal die RK5 zu kaufen, aber für die Shiva. Und danach muss man schnell sein, man muss nämlich innerhalb 5 Sekunden, nachdem man eben die RK5 wieder gekauft hat, zu der Tür nach links gehen und diese aufkaufen. Und wenn man das geschafft hat, dann sieht man auf der rechten Seite und zwar eben dieses Herz mit einem Bild von einer glücklichen Familie. Und der Mann auf diesem Bild, das ist eben wie gesagt ein Track-Mitarbeiter. Drew Merlow heißt der und der das Ganze mit eingebracht hat, das Spiel so gesehen. Wahrscheinlich, um das vielleicht seinen Liebsten zu zeigen, dass er eben sie wirklich so liebt und seine Familie so liebt, weil sein Sohn ist da mit drauf, seine Frau und so weiter. Finde ich ziemlich cool, dass er das Ganze eingebaut hat, aber ich glaube nicht, dass das irgendwann mal irgendjemand herausgefunden hätte, ohne im Code nachzuschauen. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das Easter Egg? Finde ich das cool, dass immer wieder die ganzen Mitarbeiter von Track so kleine Easter Eggs einbauen, die man jetzt erst nach dieser langen Zeit herausgefunden hat. Da würde mich auf jeden Fall eure Meinung dazu interessieren. Und ansonsten war es das jetzt auch schon wieder zu diesem Video. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen und auch weitergeholfen. Bis zum nächsten Mal, euer Reaper.